Update von Daniel Aminati, OP von Patrice ist gut verlaufen. Daniel, 49, und Patrice Aminati sind gemeinsam stark. Erst im vergangenen Jahr hatten sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Ende August durften der Moderator und seine Liebste ihre gemeinsame Tochter Charlie auf der Welt begrüßen. Eigentlich könnte das Glück der kleinen Familie kaum größer sein. Doch die erschütternde Krebsdiagnose der frisch gebackenen Mama geht an die Substanz. Es hatten sich Metastasen gebildet, sodass Patrice... ... 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